Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, ich bin jetzt mal da rausgegangen. Ich bin da oben irgendwie aus dem Ameisenbau rausgekommen. Bin von da hier her gehüpft. Hier ist das Ding mit dem Kopf, wo ich eben gesagt habe. Nicht reinhüpfen. Also von da, da her gehüpft. Da lang. Und hier gab es nochmal jede Menge Steine. Und wenn ich jetzt hier lang gehe, zack, ploppt der Zahn auf. Ich frage mich nur, ob es der Zahn ist, den ich gesehen hatte. Hier ist nix. Aber was sehen wir hier? Was sehen wir hier? Irgendwas, wo ich eine Bombe brauche. So, du kommst mal auf die 8. Drücke ich die 8. Lass dich fallen. Ne, dahinter sollte jetzt ein Zahn sein. Oder ist es... Ne, das ist sogar ein Goldener. Also nicht der, den ich gesucht hatte. Aber egal. Wo ist das jetzt auf der Karte? Hier, ne? Wenn der Ameisenbau geht. Der ist echt groß. Ah, okay. Den hätten wir. Aber den anderen weißen noch nicht. So, und dann kommt mal hier raus. Die Frage ist, war ich hier schon? Ähm. Sieht mal so aus. Ob ich hier noch gar nicht war. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Moment, haufer. Ach, doch. Doch, doch. Hier war ich schon mal. Geht doch weg. Jetzt ob hier jetzt nicht noch sterben. Ich kann doch nicht... ...ne ganze Woche nur im Ameisenbau rumdaddeln. Geht sowieso nicht, weil ich nichts mehr zum Essen hab. Ach, Platz. Ja, ist gut. Ne, also den Zahn. Den finde ich nicht. So, schnell noch was trinken. Und was essen. Kann man das auch essen? Ja, ein bisschen was gibt das. Okay. So. Wo ist er? Hallo? In dieser Lampe siehst du klar nichts. Rote Feuerarme. Also, ja, ja. Ich weiß. Ich hab jede Menge umgebracht. Jetzt haut sie ab. Und hier ist wieder da oben der Zahn. Ist doch ein Zahn. Ja, ich glaube, das ist ein Zahn. Komm halt nicht ran. Genauso wie ich da nicht rankomme. Das war nicht so gewollt. Zu spät. Aber vielleicht geht es ja, wenn ich hier erstmal rübergekommen bin. So knapp. Ah, ah. So knapp. Ich wüsste es nicht. Also. Ich könnte auf die Wurzel springen. Von der auf die Wurzel. Von der auf die Wurzel. Aber. Um ehrlich zu sein. Kann ich mir das nicht vorstellen, dass es so funktioniert. Warum ist denn hier so hell? Oder kann ich von hier auf die Wurzel springen? Hm. Nee. Bist zu flach, ne? Komm ich nicht hin. Nee. Vielleicht hier lang? Nicht wirklich. Nee. Also ihr könnt mir ja gerne sagen, wie ich da hinkomme. Zu dem Zahn. Du willst hier gerne machen. Aber. Hier geht es ja auch nicht hoch. Und selbst wenn. Komme ja. Hier so nicht lang. Nee. Komm ich nicht. Dieser Punkt ist ja bestimmt nicht umsonst da. Das muss bedeuten, dass ich da irgendwie hinkomme. Aber wenn ich hier bin. Kann ich da hinspringen? Nein, kann ich nicht. Aber. Hm. Wart. So. Wenn ich das so mache. Nee. Komm ich auch nicht hin. Mist. Wäre ja mal eine Idee. Da, da rauf. Ja. Hatte ich getestet. Ging. Aber ich kam nicht dahin, ne? Wie habe ich das denn gemacht? Hey. Dann müsste ich. Eigentlich. Ja, das geht hier auch nicht. Ich muss ja dahin. Von hier aus. Da hoch springen. Nee. Komm ich nicht hin. Hallo. Da. Guck mal. So sieht man das besser. Aber. Wie kommt man denn dahin? Ja, die Idee war halt von hier. Da rauf springen. Von da. Dahin springen. Aber. Äh. Gieht nicht aus, als ob das funktionieren könnte. Nee. Das tut's auch nicht. Menno. Also der Punkt hier oben. Der ist ja bestimmt auch nicht umsonst da. Ah. Fast. Aber von da komme ich ja nicht hin. Selbst wenn ich da jetzt hinkomme. Ah. Super. Anlauf nehmen von da. Es ist nicht möglich. Von da komme ich auch nicht hin. Weil ich nicht da hinkomme. Nee. Der Zahn ist unerreichbar für mich. Außer man kommt von oben irgendwie ran. Dass man von oben durch das Loch da. Auf diesen. Auf den springen kann. Von dem auf den. Aber dann komme ich ja immer noch nicht von dem an den. Also. Wir lassen das jetzt mal sein. Ich habe im Moment nicht den Nerv für den einen Zahn. nur wo ging's jetzt raus. Ging das hier raus? Warte mal, hier ist es doch nochmal so. Warte mal, hier ist es nicht. Ich dachte, hier würde nochmal die Sonne von oben unterscheinen, dass ich vielleicht genau dahin komme, in diese Schlucht. Na, hier ist nochmal hell, ne? So, das gleiche war ja da unten auch. Hier, wo es hell ist, dass man da irgendwie durch kann. Aber, sieht nicht danach aus. Muss doch einen Grund geben für die ganzen Wurzeln hier. So. Hier runter vielleicht? Oh, da habe ich doch was vergessen. Naja. Ist nicht. So. Wird mir hier wieder ein Zahn angezeigt. Aber nur hier, ne? Wo ich dann aber nicht rankomme. Weil hier ist nichts zum Sprengen oder so. Ne? Ach, was weiß ich denn. Irgendwie verdächtig hier. Ach nee, komm. Ich bin doch nicht schon wieder hier. Oder? Doch, ich bin hier. Und hier kam ich ja nicht raus. Und dann kam ich ja raus. Ja, ja, du Ameise. Wo sind wir hier? Unterm Rasenmeer. Okay. Hauptsache, wir sind draußen. Und dann würde ich mal mir meinen Weg nach Hause bahnen. Und hier sieht es gefährlich aus. Äh. Hier war ich auch noch nie. Ist noch ein Schaumdreher. Ähm. Kein Plan, wo ich hier bin. Ja. Das habe ich gesehen. Hier so, ne? Mal bei Forschungsstationen entdeckt. Was hier alles gibt. Reifen. So, ob ich von dir noch Angst hätte. Vor dir. So. Das analysieren. Das analysieren. Das analysieren. Und das analysieren. Oh ja, Ameisenkeule. Kann die was? Ist die gut? Ist die besser als die Mutterspinnenkeule? Oder so? Hä? Hat er doch noch ein Busteblümchen. da nicht ausgelöst. Mal gucken mal. Ähm. Hier waren wir auch noch nie. Gibt es hier was Besonderes? Stimmt, ne? Decken gibt es hier. Das höre ich doch. Äh. Bleibe ich hier überall hängen. Sorry. Hey, so komme ich nie nach Hause. Hier. Ein riesen Loch. Ja. 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 Kommt man hier nicht hoch. Ich muss jetzt nach Hause. Ich muss abladen. Geht nicht anders. Leute. Und hier ist die Rakete. Und hier ging es doch in den Ameisenbau. Glaube ich mal. Also hier runter war das... Jetzt geht doch mal weg. Ich will das erklären. Wenn man hier runter geht bei der Rakete, hier kommt man auch einen Ameisenbau. Und zwar... Wo kommst du her? Tja. Muss das jetzt sein? Der war doch eben noch nicht da. Ich sagte, der war eben noch nicht da. Lass mich da durch. Lass mich durch. So. Bei der Rakete, ne? Hier unten ist der Eingang zum Ameisenbau. Wollte ich doch nur erklären, Junge. Lass mich. Äh. Warte. Gar nicht gut. 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 Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich hab nix mehr zum Essen. Ein Stubser und ich bin tot. Frage ist, wo ist mein letzter Punkt, mit dem ich gespeichert hab? Das war mir klar. Das war mir so klar. Geht weg. Lass mich. Ich hab nix zum Essen. Doch das. Aber das heilt mich ja nicht, ne? Ne, aber das heilt mich. Mann, oh man. Da rennt man drei Tage hier oben rum. Nix passiert. Und in letzter Sekunde wird man hier umgebracht. Bin ich nicht gut. Da hinten ist übrigens, äh, der rosa Porsche. War ich hier schon drin? Ich geh jetzt nach Hause. War ich? War ich? War ich? War ich? Ja, ich glaub schon. Ja. Da bin ich hinten irgendwo ein Porsche rausgekommen. Beim Porsche. Ja, 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 ja. Wenn ich mir das so anguck, muss ich hier auch noch hin. Ja, das sind jetzt, glaub fünf Folgen nur Ameisenbau. Und das aber auch nur fünf. Weil ich einmal vergessen hab, die Aufnahme wieder, äh, weiterlaufen zu lassen, nachdem sie gestoppt war. Haha. Wollte nämlich nur kurz nach Hause gehen, abladen und wieder zurückkommen und hab dann nachvergessen, die Aufnahme wieder anzumachen. Okay, gut. Dann ist das so. Wächst das überhaupt nach? Oder bleibt das jetzt so? Wachstumszelle. Da ist nix drin. Das ist hier, das wäre ja dann doppelt bitter. By the way. Ich hab das Haus fertig gebaut. Es gibt keine Stellen mehr, die blau sind. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Oben hab ich auf beide Seiten so ein Ding hingemacht, damit's oben gut aussieht. Hm, ja, hier wollte ich was testen. Und zwar, was besser aussieht, ähm, wenn ich das so mach oder wenn ich's so lasse, wie's jetzt ist. Also, hier gerade oder hier schräg noch ein bisschen und dann erst gerade, damit hier auch so ein Dach ist. Ich glaube, das gefällt mir sogar besser. Ah ja. Könntest du ja mal in die Kommentare schreiben. So. Jetzt bitte alles einlagern. Äh, das dürften ja ne Menge gewesen sein, ne? So. Haben wir noch so ein Ding. Das. Nehmen wir mal sogar zwei davon. Unfassbar. Oberste Quatsch, aber war ja kein Platz mehr drinne? Doch. So. Aber sonst hab ich da nix gefunden, ne? Was kann ich denn jetzt noch bauen? Feuer-Ameisen-Keule. Die Schwindigkeit ist halt echt bescheiden. Minz-Keule macht genau das gleiche. Ja gut, hat halt weniger Schaden, dafür mehr Betäubung. Ja. Wie man's nimmt. Ach gut, ist doch schlecht. Keine Ahnung. Das ist doch immer das gleiche. Mit den... Mit den Dingern hier. Warte. Der hat schon mal... Was bedeutet denn Korrosion? Ähm. Acht Verteidigung? Und der Helm? Wo war er? Da. Hier. So, der normale Ameisenhelm hat... Der hat drei. Wo ist der normale Ameisenhelm? So. Ganz oben stehen. Euer Ameisenhelm. Gibt's den normalen jetzt nicht mehr? Wo sind denn? Ach da. Anderthalb. Okay. Ja dann. muss ich abhaken hier. Oh. 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 Ich hätte mir die Feuermeisen schwieriger vorgestellt, aber... Es ist, wie es ist. So. Was haben wir jetzt hier, was wir nicht mehr brauchen? Oh, die... Mantibelen. Sind hier Feuermeisen drin? Nee, wo sind die denn? Da? Da sind sie. Da kommen die Mantibelen auch hier drin. Okay. Dann... Grüne Stinkbackkäfer... Dinger... Sind die auch hier? Hm? Da? Jetzt sind sie da. Der kommt auch noch hier drin. Okay. Flasche auffüllen. So. Fünf. Sechs. Perfekt, das Ding. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann... Morgen wieder. Gehabt euch gut und... Tschüss.